Emma Schweiger hat erst kürzlich viel Aufmerksamkeit erregt. Grund dafür war ein Badewannenfoto, welches sie auf Instagram teilte. Viele ihrer Fans reagierten nicht gerade positiv, besonders wegen ihres noch jungen Alters von 14 Jahren. Sie selbst hat nun bei der Premiere von Conny & Co. 2 zu ihrem nackten Knie, die aus dem Badeschaum blitzten, Stellung bezogen und gesagt, dass sie keine Ahnung habe, was die ganze Aufregung um ihre Person denn solle. Papa Till legte sogar noch einen drauf und erklärte, ich würde es mal so sagen, die Leute, die sich über zwei Knie in der Badewanne aufregen, die sollten mal in sich selbst rein horchen, was sie eigentlich für ein Problem haben. Und ob sie nicht die Leute sind, über die sie sich empören, also das ist sehr verloren. Auch Mama Dana hat ein paar Worte zu dem Thema verloren und schlägt in eine ähnliche Kerbe wie ihr Ex-Mann. Ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn es ein Junge wäre, würde es kein Thema sein, sagte sie. Verrückt, was solch ein Foto für Wellen schlagen kann.